So, herzlich willkommen zu all den Eierboden des Gehts weiter an die Eierboden des Gehts weiter an die Eierboden von der Kruhe von mir und wenn wir die Konditionen kommen und wenn wir die Konditionen kommen, dann machen wir jetzt noch ein Anschluss etwas für Beine, Bauch und Öl. Wir machen die ganz einfachen Sachen, die Basics, die du kannst immer draußen machen. Es geht ja auch meistens bei deinen Settel dazu. Wenn man sie eben dazu hättet wird, dann kannst du eben auch so nachdenken. Ansonsten gibt es den Tipp, da unten drücken zu können. Damit ist alles gesammelt, ne? So, und auch noch eine Karte. Tun sich die Bälle schlecht, was du trinkst, Handtuch. Und natürlich, Räugereien, Stichkeit oder was ich sage, Räugereien, Geisterung. Okay? So, dann wollen wir gleich starten. So, dann wollen wir nachbauen. So, dann wollen wir nachbauen die Ausrichtung. So, wenn wir nachbauen, was ich losse. So, dann können wir nachbauen,dann wir nachbauen. Wie geht's gut? Okay, dann können wir nachbauen. Genau. Beide ein bisschen dritter nach draußen. Vorne verschließen. Auf die Musik vor. Wieder vor. Danke. Nach vorne. Beide. Nach vorne. Sechs, fünf, vier, drei, zwei. Bleib vor. Wahnsinn. Gibi. Gli. 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 Genau. Ganz einfach auf das Bord. Ganz einfach auf die Hände in der Hände. Bleib weiter. Hoch. Nachbindern. Sieben, acht. Nachbindern. Schuhe. Zeig. Drei noch. Und zu Brust. Zweite hier. Können wir das? Ach, ja. Jetzt. Noch. Gli. Dock. Beide. Darf. Gli. 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 Wieder ein paar. Jetzt. Ach, schon. Nach vorne. Und ... Schuhe. Ja. Gli. Nachbindern. 1, 2, 3, 4, 4, 5, hissen 7, 8, 9, 10 Notzettung. Nach 7. 6. 6. 5. 2. Noch was von Snow. Noch einmal. Schau herstelle. Jetzt, ganz okay. Komm. Roll rein. Start. Arme bleiben. Ausgangsvoll. Achtung. Erst hier. Setz. Setz. Ties ready. Are you ready? Ja. Do you want to be able to do this? Okay. And look at all the positions that are so fast for everything. You know how you've seen in the past, do you want to be able to do this? Do you want to be able to do this? Do you want to be able to do this? That's perfect. Erst point. And then you are ready. One, two, three, three. One, two, three, three. One, two, three. Und wiederum. Ready? Und wiederum. Vier, drei, fünf. Let's go. Genau. Gero. So, let's basically get out of the window. High, 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 high. Up, three, four, four. Are you ready? Do you like my shoes? Do you want my breasts? Do you want my breasts? Do you want my breasts? Okay, let's do this. Okay, let's do this. First of all, I have to do this. 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 I am ready for business. I am ready for business. Do you want to try to do this? And I am ready for the business. I am ready for it. But you want to do this. But you want to try this. Here we go. I am ready for it. And you're ready for that. On! Go! That's good. Lights over. Eight, two, three, nine, five. Oh! I am ready for this. Get up. Listen to the whole. Sehr gut. Etwas weiter durch. Noch mal weiter. Super slow. Vorne. Eins. Super slow. Tiefer, tiefer, tiefer! Ja? Super slow. Jetzt noch. Vier, zwei, zwei. Let's go. Sehr kleine, meine ganze Stecken. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Mach auf dein Knie aus. Vier. Und noch mal schön aus der Hand. Das machst du nicht mehr. Let's go. In der Regel. Oh, sieh. Sphärend Sechs. Neun. Vier. Neun. Zwei. Und start! Schieße. Sehr gut. Einzige. Bein. Jetzt kommt der Weiß. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Nicht zu groß. Ein bisschen stange. Und hoch ist. Mehr so weit. Und hoch. Ja, ganz gut. In der Zeit. Echt weg. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 14. 15. 15. 15. 16. 18. 23. 25. 30. 30. 30. 30. Und jetzt mehr, wenn du das mit den Händen machen möchtest. Oh, du bist die Hände. Nachsinnst du das? So, okay, wir gehen zusammen mit den Händen. Lassen wir das. So, die Hände. So, die Hände. So, die Hände. Dann machen wir das. So, die Hände. Ja, genau, ich weiß das schon. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Stopp. So. So. So, bis das so hoch geht. Oh, oh. Jetzt wieder mal mit den Quadratiker hoch. Oh, oh. Arme nach vorne. Das sehr gut. Kommen von den Armen bei dir. Ja. Sieben. Das sengt noch. Bist du da? Fünf. 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 Vier. Fünf. Zwei. Letzte. Bist du da runter? Weiter, seitens der Hüste, nachschaust du, sechs, sechs. Oh mein Gott, noch mal, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, weiter, hold, hold, vier, drei, zwei, yes, let's go. Uh, eine, 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 fertig, wieder, hoch und drüben. Andere, fertig, voll, mach das, so, fertig, erst mal, insetzen. So, 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 so So, 05-5-5, 9-4-5-5, 1-2-1. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ein, ein, zehn, einen, innen, lösen die Aschrauben, zwei, ganz schön, nicht in dein Handeln. Ok, in die vorherigen Komponenten, zwei, drei, zwei, und zwei. Und dann wieder die Knie zusammen. Dann noch die Halsschicht. Sehr gut. Überwachst. Überwachst. Und hoch. Und dann wieder nach oben. Stell jetzt ein Bein nach vorne. Wechsel. Und dann wieder zurück. Wechsel. Ein Stück weit hoch. Achtung. Achtung. Sieben. Sechs. Zwischen. Vier. Zwei. So, ganz kurz. Haube verbrechen. Haube verbrechen. Haube verbrechen. Beute. Habt ihr das? Haft. Drei. Zwei. Letzter. So, mein Hörstchen. Naja, ihr wart das. Bein, mein Hörstchen. Und nach vorne. So, jetzt komm ich drauf ab. Bauch eins. Und das sind noch die Hände. Und kommen. Kommt mit von deinem Wartenspitz. Bestimmst du auch auf dem Weg. Und wir sind gleich an. So. Ready. 4, 3, 2, 1, 8, 7, und los. So. 5, 4, 2, 1, 8, 6, 5, 4, 2, 1, 9, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13. So. Und dann machen wir beide abwärts. Erstmal hoch. Einmal hin. Ich habe die Spannung auf. Erstmal. Abwärts. So. 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 Sehr gut. Ein bisschen ausschütteln. Wieder abwärts auf die Brücke. Vorher hängen. Beine zu. Ein bisschen länger. Und vorne. Achtung. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Achtung. Ausbecken. Sieben. Sechs. Younger. Vorsicht. Sieben. Vielen Dank. Wir haben je 20ROP. Sampen. quando dasselbeweiter derれんässten. Jetzt verschw temperaturen ist. 1, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 6, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 11, 11, 12, 13, 13. 12, 13, 14, 15. 14, 15. 16, 18, 19, 20. Hier ist es wichtig, dass das Spine möglich ist. Und das ist das, was du machst. Geh, mach sie mal. Geh, die Hände ab. Ja. Geh, die Hände ab. Geh, die Hände ab. Geh, die Hände ab. Geh, die Hände ab. So. Zwei. Die Hände ab. Geh, die Hände ab. Gesetze hinter. Hörten. Glocken. 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 Ganz, ganz, glocken. 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 Geh, die Hände ab. Auf die Seite legen, Elbe rutschen zu dir. Ganz mit der Borgenschaft, noch weiter. Knie nach vorne zieht, Knie zu der Körle, Knie zu der Knie zu der Knie zu der Knie zu der Knie. Die Teste anstehen und stehe dir. Mit der dermafiります. Hier drei drei sechs vier. Untertitelung des ZDF, 2020 Vier, vier, drei, zwei, und stopp, reißen wir dich ganz nah. Die Reifen, die Gießen, die Reifen, das spürst du, das spürst du, genau. Drei, zwei, letzter und stopp. Kommen wir nach vorne mit, einmal nach hinten, einmal nach vorne mit. So, gut, sehr gut. Zweite Runde, dann gehst du nach vorne mit. Und ab, sieben, sechs, fünf, sechs, vier, drei, zwei, und stopp, reißen wir dich ganz nah. Halt, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, drei, zwei. So, w outras, drei, zwei, drei, zwei, und stopp, reißen wir dich ganz nah. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, sky, 1, 2, 2, Startbereit-Maten auf die andere Seite. Unter und nach. Das ist das Gefühl. Blühe. Bauch nach hinten. Arme nach vorne. Das ist das. Das ist nicht so ein bisschen außerhalb der Kante. Sondern hinten. Vorne. Andere stark. Jetzt. Und. Und dann. Die Kante. Und dann. Und dann. Und dann. Das ist die Hüte. Ja. Drei. Zwei. Und dann. Und dann. Und dann. Die Hüte. Sie sind schon ein bisschen im Kopf. Mete lessen. al Bund eins��. Das macht nicht höher. Achtung, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und stopp, jetzt, jetzt, komm, Achtung, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, abnehmen, einmal, wir haben, jetzt, noch hoch, okay, jetzt, zwei, zweite Minute, komm, Achtung, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, jetzt, noch hoch, jetzt, acht, sieben, sechs, fünf, Du bist nicht da, sondern kurz mit dem Fuß, genau, ich sehe das, okay, wir machen, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, 3, 2, 3, 1, 2, 3, geht's schon weiter. Mit der Pause. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mach doch ein bisschen. Mach mal. Mach mal. Okay. Aber können wir schon zweiteln. Okay. Sehr gut. Wahnsinn. Super. Ja, am besten haben wir alle. Nehmen. Und dann ausstecken. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Anstellen. Läumig und dann. Genau. Ziehen. Ziehen. Und dann. Okay. Füße in den Vorschlägen liegen. Alles okay für euch? Jetzt. So. Eine modifizierte Version. Der Thema ist. Hier. Und dann. Und dann. Einfach. Die Eingelie. Arme stecken. Die Hüfte. Atmen. Ganz genau. Die Hüfte. 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 Dann wieder ablegen. Sehr gut. Immer schön mit Dehnung. Fuß fassen. Zusammen. Nimm. Nimm. Stöhnen. Und zusammen. Ablassen. Und dann gibt es auch eine Schweigerung. Wenn du kannst, heb das Knie weg vom Boden. Drücken durch die Hüfte. Und die Hüfte. Ganz fest in deinem Boden. Genau. Halten. Sehr gut. Und dann lösen. Einmal Seite. Fuß. Fassen. Halten. Nach hinten. Hüfte. 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 Jetzt wieder eine Steigerung. Das bedeutet, ich versuch das Knie vom Boden zu ziehen. Das werden wir vielleicht nicht alles schaffen. Versuchen. Und gleichzeitig die Hüfte feste mit dem Boden. Aber das Knie versuchen vom Boden zu ziehen. Hüfte. Hüfte, es geht um. Hüfte. Jetzt wieder ein primärerinkriec. Jetzt, verstanden. Wir ziehen nochmal die Knie und die Hüfte. Und setzen sich hier drauf. So, das war's schon wieder, liebe Leute, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe ihr könnt euch schon nachtunen zur Pause, ich freue mich sehr, dass ihr euch wiedersehen habt, in diesem Sinne, macht's gut, bye bye, und nicht vergessen, morgen mal 30, freutest du eine kleine Zähler, bye bye, ciao!